Das ist eine Geige, die ich von der Chimei Stiftung in Taiwan ausgeliehen habe und das ist eine Geige von Gaspar Lorenzini, gebaut 1760 in Piacenza. Ich hatte davor noch die Geige von Leandro Bisiac und die von Pereson. Diese Geige klingt eigentlich etwas schwerer, kann man sagen, also etwas reifer. Besonders die tiefen Töne, die sind sehr kräftig. Untertitelung des ZDF, 2020